In diesem Video geben wir Ihnen einen ersten Überblick über die Funktionen von Audi Qualifizierung. In Audi Qualifizierung finden Sie zusätzlich zu Seminaren auch digitale Lerninhalte. Durch Scrollen nach unten erhalten Sie weitere Inhalte. Sie können sich die Inhalte in einer Rasteransicht oder in einer Listenansicht anzeigen lassen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich die Inhalte nach verschiedenen Kriterien sortieren zu lassen. Im unteren Bereich der Seite befindet sich die sogenannte Tech Cloud, die einen Schnellzugriff auf diese angezeigten Begriffe ermöglicht. Für die Suche nach einem bestimmten Seminar oder Thema können Sie die Freitextsuche nutzen. Hierzu geben Sie den gewünschten Suchbegriff in den Suchschlitz ein. Auf dem Bildschirm wird Ihnen die Ergebnisliste angezeigt. Für weitere Details klicken Sie auf die gewünschte Maßnahme. Auf dem Bildschirm erscheint die Detailseite der Qualifizierung. Hier erhalten Sie alle erforderlichen Informationen zu dieser Qualifizierung. Am Ende der Detailbeschreibung finden Sie sowohl die organisatorischen als auch die fachlichen Ansprechpartner dieser Maßnahme. Sie können sich die Maßnahme durch Klicken auf PIN-Wand merken. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Maßnahme anderen Kollegen per Mail in Outlook weiterzuempfehlen. Sie können sich ohne Termin vormerken oder auf einen konkreten Termin buchen. Durch Klicken auf Buchen lösen Sie die Buchung aus. Für die wirksame Buchung ist keine aktive Zustimmung Ihrer Führungskraft erforderlich. Sie bestätigen lediglich, dass Sie die Buchung auf diese Qualifizierung mit Ihrem Vorgesetzten abgestimmt haben. Dies gilt auch für Vormerkungen und Stornierungen. Oben rechts sehen Sie, dass Sie nun auf die Maßnahme gebucht sind. Zusätzlich zu den Detailinformationen werden Ihnen im unteren Bereich der Seite verwandte Themen angezeigt. Durch Klicken auf das X gelangen Sie wieder zum Suchergebnis.